Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen demütig, weil ich immer sage, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, weißt du so, jetzt nicht hier durchdrehen, weil der Tag, an dem du die alle wieder brauchst, der kommt. Und wir alle sollten nicht so vermessen sein zu glauben, dass wir es alleine können.